was geht ab leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und gleichzeitig auch zu einer neuen serie von mir wir haben die serie feuerwerk zünden an silvester ganz simples ding eine schöne geile mischung von feuerwerk und morgen ist nämlich silvester das drehe ich heute am 30 12 die vorfreude wird jetzt schon wieder groß sein aus nächsten silvester ist es wirklich verrückt aber wie gesagt neue serie feuerwerk zünden an silvester 2022 23 und ihr seht was für eine geile mischung wir hier im ersten part dabei haben sehr sehr geilen stuff bombenrohre viele raketen wir haben hier eine 50 schuss batterie die wird doppelseitig zünden und ja ich würde sagen wir hauen das einfach alles weg ich wünsche euch richtig viel spaß ganz genüsslich wegzünden let's go so leute wir starten hier mit feuerwerk zünden an silvester teil 1 wir haben hier viele raketen mit dabei eine super super geile mischung wirklich premium zeug und ich würde sagen wir starten die folge direkt mal mit einer batterie die alligator von vego aktuell aus dem lidl und ja ich würde sagen wir zünden die direkt doppelseitig sehr geil so wir machen direkt weiter hier und nehmen uns mal eine schöne fontäne ein böller damit würde ich sagen machen wir das finale nachher bombenrohr und die ganzen roten korsare und wir starten hier würde ich sagen mit der wir machen erst mal funke die böller richtig richtig schön laut hinterher hauen wir die roten korsare von feier event sehr geile böller und jetzt kommt dann die cracker stern fontäne von funke richtig geile crackling sehr sehr nice muss ein bisschen abstand halten sehr geil direkt hinterher machen wir ein vego bombenrohr schießt auch hoch fast drauf was ist hiermit übrigens gerade mein neuer kameramann merkte ja so ein bisschen weiß noch nicht genau wann er hoch filmen soll ist colin aber vielen vielen dank auf jeden fall dafür wir machen weiter hier mit zwei römischen lichtern von vego haben leider nur fünf schuss sind wir beide doppelt an ja das war es auch schon mit den dingern viel kommt da nicht raus so ich würde sagen wir machen mal direkt ein paar raketen wir nehmen uns hier zwei leslie raketen ihr seht ihr seht wir haben noch richtig geile raketen mit dabei so wir fangen an mit der klein ne das ist sogar eine nico rakete sehr geil direkt jetzt da hinterher die von nesli so dann machen wir weiter wir nehmen uns hier ein richtig kranken böller p1 von pyro union zwei kleinere bombenrohr und dann nochmal den funke d böller und ja wir starten einfach mal direkt mit dem kracher dem p1 von pyro union einfach nur geisteskrank laut da wackelt die kamera ja aber da zuckt man auch zusammen weil das krank direkt hinterher den funke d böller auch sehr laut voll was abgekriegt und jetzt zwei bombenrohrer von vego die flashbangs muss auch schnell hoch filmen schießen beide hoch immer wieder ganz nett die kleinen teile so dann würde ich sagen wir haben noch zwei bombenrohrer dabei machen jetzt als erstes nochmal eine ringrakete von nico und ein bombenrohr so als erstes die ringrakete ok das war auf jeden fall kein ring habe ich dieses jahr schon öfter gemerkt dass die neuen ringraketen nicht mehr so die ringe machen und ein bombenrohr von vego sehr schön laut so wir kommen langsam richtung ende der ersten folge wir nehmen uns jetzt als erstes dann hier nochmal das sportnick bombenrohr richtig geiler pfeif aufstieg und die scream rocket 2 sehr heftige rakete so wir starten hier mit dem sportnick bombenrohr ich schieße das mal so ein bisschen schräg dann liegt das teil so geil durch die luft sehr sehr geil und jetzt die scream rocket die pfeift richtig arschlau und knallt ein stück weg gehen ein stück weg gehen sehr sehr fett so und jetzt bevor wir zur bösen oma kommen von Leslie die zünden wir auch doppelseitig wird sehr sehr geil denke ich jetzt hauen wir die letzten raketen weg wir nehmen uns die batterie schon mal mit und wir starten hier mit den kleinen raketen die fliegen auch richtig sehr hoch sind von aba die blitz und donner sehr sehr fett noch eine blitz und donner rakete sehr geil und jetzt bevor wir zum finale kommen vom ersten part gibt es hier die grüne grüne rakete von nico ich sehe gerade hier steht drauf green ball und nicht mehr ring rocket das ist ja schade aber gut was solls trotzdem sehr schön so leute jetzt das finale vom ersten part ich hoffe der hat euch gefallen jetzt gibt es eine 50 schuss batterie böse oma von Leslie doppelseitig gezündet und kopf diese die über und das hier und hier jetzt So, das war's.